ja liebe leute willkommen zum morten cup zweiten cup der himmelstour und ich hoffe ihr seid denn sie hat einen richtig fetten hamburger anstatt so ein wunderschöner billig start so richtig lecker richtig appetit wenn man die zu kaufen sieht dann auch hier schön wagen nicht so ja mal gespannt auf die biele strecke auf bei dem mario blüßdach wird reintun blüßdach also für mario kalak blüßdach wenn du nicht dabei ist will mich nicht stören aber wie gesagt okay die ist recht wichtig mit den verschiedenen sachen also eins zwei oder drei oder vier sogar ich meine eine reicht ich muss ja nicht hier die ganzen strecken nehmen von Davy geile maus die auch degree die 2022. So, als nächstes, guck mal hier schon wieder die Mario Piste. Das meine ich ja. Wird übertrieben mit dieser Strecke hier. Wollte ich noch mal nehmen? Ja, nehmen wir noch mal. Das nehmen wir aber... Guck mal, den Mario Auto hier. Das haben wir doch gar nicht genutzt. Die Mario müsste auch mal dran kommen, ne? Darum passen sie jetzt zu? Guck mal, was das wird, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie das Auto ist. Wie gesagt, ich habe ihn noch nie benutzt. Aber es gibt ja, na? Für alles ein erstes Mal. Nicht auch dieses schöne Auto. So. Das ist übrigens ein Standardpreis bei den ganzen Röhren. Also... Das ist ja so einfach zu kriegen, das Auto wie... Weiß ich nicht. Wie ne Münze. Komm schon. Boah. Ja, das ist ja auch schon. Dann nehmen wir doch Super-Haus hier. Mario! Super Mario Power. Ja, die sind ja ganz gut, ne? No. Mr. T ist auch dabei. Oh. Wow! Woa! Was ist der Kupfer? Wir wollen hier einen Hammer-Bugelat-Cassen. Aiaiai! Litt! Litt! Es ist Wario, von mir! Wario! Nummer 1! So! Ah! Kommt nach vorne! Muss noch nicht! So ein schöner Mario-Auto hier, ne? Wir dürfen so mit euch gepackt hier! Oh! 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 Das war doch eine Qual So Aber nicht das Auto, sondern eher die Verbindung Jetzt kommt noch die Donggong-Ski-Karne Und hier werden wir unsere Weihnachtsgräse nehmen Du siehst ja, sonst kriegt es sich den Arsch ab Das wollen wir vermeiden So, wir sehen auf das schöne Auto Und passend dazu gibt es hier noch die eiskalten Wolken So, wir gucken, dass der so rubbelt So 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 Jetzt werden wir mal gucken, warum wir so hochgekehrt werden. Jetzt werden wir mal gucken, warum wir so hochgekehrt. Danke. Haha. Tuck. Das ist nicht so gut. So he does. So. Wir wünschen uns gleich wieder items zu haben. Auch dafür ein gewinnender Grund. Aber den reich ich erst nicht mehr. So. Nein. So. 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 So, ich hab noch immer geschafft. Ach und kass. So. Ja, und damit haben wir auch den Maws in Cup beendet. Als dieses kommt der Vario Cup dran. Und da habe ich eine spezielle Message für euch. Die nicht so erfreulich ist. Bleibt dran.